Die Schlange und der Holzfäller Einst gab es einen Holzfäller, der in einer Hütte im Wald mit seiner Frau und seinen beiden schönen Töchtern lebte. Eines kalten und windigen Wintermorgens entdeckte er eine Schlange vor sich auf dem Waldweg. Die Schlange bewegte sich keinen Millimeter, aber noch schien sie zu leben. Mit Sicherheit würde sie erfrieren oder Hunger sterben, falls sie dort liegen bliebe, so dachte der Holzfäller mitleidig. Also schlüpfte der gute Mann aus seinem Mantel, wickelte die Schlange hinein und trug das Tier in seine Hütte. Oh, wie er froh, als er zur Türe hineinkam. Schnell warf seine Frau neue Holzscheite zum Anheizen in das Kaminfeuer. Erstaunt beäugten seine Frau und Töchter sein ungewöhnliches Mitbringsel. Warum hast du eine Schlange mit nach Hause gebracht? fragten sie. Ich konnte sie draußen nicht einfach zurücklassen, sonst wäre sie gestorben, antwortete er. Dann gab er der Schlange etwas Wasser und Nahrung und beobachtete, wie sie langsam wieder zu Kräften kam. Freudig rief der Holzfäller seine Töchter herbei, damit sie die Schlange besser in Augenschein nehmen konnten. Doch plötzlich, als die kleinen Mädchen ganz nah waren, richtete die Schlange sich auf, entblößte ihre großen Giftzähne und machte Anstalten, sie anzugreifen. Entsetzt schleuderte der Holzfäller die Schlange durchs Fenster, wie seine Töchter zitterten vor Angst. Da umarmte der gute Mann seine Lieben und versprach, niemals wieder einem undankbaren Geschöpf zu helfen. He held his daughters and his wife and promised never to help another ungrateful creature ever again. Ende The End The End Vielen Dank.